Ich will Minecraft free, ich will Minecraft free Entschuldigung, wäre nicht schlecht Wir wollten kurz Bescheid sagen Ihr wisst ja, wir haben ziemlich genau eine Woche lang nichts hochgeladen Ja, ja, ja Das hat unter anderem damit zu tun, dass wir bei Maniac waren Das waren die geplanten zwei Wochen, äh, zwei Tage, meine ich Und danach waren wir natürlich mit Ostern beschäftigt Familie, alles drum und dran Deswegen haben wir nichts getan Weil wir natürlich auch Familie haben So viel dazu Aber ihr seid ja ganz tolerierend Und das war die kleine Entschuldigung Ihr werdet uns nicht schlagen, oder? Nein, die werden es feiern Oder Wir haben übrigens, ich und Sascha haben ein neues Text-Stab-Bag Das heißt Sascha und ich erstens Oh Mann Das fängt ja schon mal gut an Ich hätte es nie lernen, ich hätte es nie lernen, bestimmt nie Ja, aber guck mal Also Sascha und ich, wir haben ein neues Text-Stab-Bag Also klickt bei uns, nicht bei Fabi Fabi Bei uns ist es schön Wo ist meine Treppe? Wo ist mein, wo, wo, wo Wie komme ich nach oben jetzt? Was ist hier passiert? Also ich habe hier ein Warum? Hast du so alles vergessen? Da, 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 da Ja, doch, doch, jetzt habe ich es wieder Du hast es umgebaut Ja, ja, du bist immer weg Vergesslich, Bruder Okay, jetzt bin ich wieder da Achso, hat jemand von euch Lava gesehen? Hm Ja? Jetzt komme ich nach oben Bitte? Hat jemand Lava von euch gesehen? Nein Ich bin immer noch auf der Suche nach Lava Nein, ich habe es nicht mehr drauf Mann Wir haben alles verlernt, oder? Ja, bin ich eine Woche enttäuscht Ja, voll Okay, ich habe mir überlegt Ich mache so ein bisschen Verschönungen draußen Kosmetische Veränderung Kosmetisch? Nur draußen oder bei dir? Draußen Nur draußen Nur draußen, glaube ich Ja, ich würde es dir auch Persönlich Warum? Ja, man weiß ja nie, was frisches ist nicht schlecht Ja So Ich habe auch wieder Kommentare am Start Nein Heute ist übrigens mein Geburtstag, Leute Nein, der ist gestern Nein, wir haben noch 13 Minuten Ich habe noch Geburtstag Ja, aber wenn das Video hochgeladen wird Dann ist dein Geburtstag vorbei Deswegen zählt das nicht Nein, nein, nein Ist noch nicht vorbei Ich habe noch 13 Minuten Also wer Lust hat Kann mir noch gratulieren Nein Ich bettele schon um Gratulatwünsche Gratulatwünsche Okay Also Wir haben schön gefeiert Ich habe Geschenke bekommen Von den Jungs Heute sind sie einfach Auf einmal abgehauen Und haben Geschenke besorgt Aber übelgute Ohne Witz Genau das, was zu dir passt Echt hammergeile Teile Und jetzt fragen sich alle Was hat der Dima geschenkt bekommen? Sagen wir nicht Ich werde euch nichts sagen Nein, ich habe einen Film Ne, zwei Filme habe ich bekommen Ein Anime von Studio Ghibli Von den Machern von Chihiro Und dann noch einen anderen Film Auf dem Bild sieht es aus Als würden sich zwei Jungs küssen Aber das ist eine Frau Die hat nur kurze Haare Ich habe schon ein bisschen Angst bekommen am Anfang Und dann habe ich bekommen Nüsse mit Wasabi-Geschmack Gummibärchen Nüsse Ähm Endlich Nüsse Endlich hat unser Dima kleine Nüsse Den Film können wir gleich nach Minecraft anschauen, oder? Ja, das würde ich auch sagen Auf jeden Fall Das ist von dem Macher von Goodwill Hunting Mit Robin Williams Robin Williams Ich kenne das nicht Also, dass sie gleichzeitig leben Ein Kumpel Ein Kumpel Ja, der zufälligerweise Fabis Bruder ist Er beobachtet unser Spiel Aber der ist mehr dein Kumpel als Fabis Bruder, oder? Genau Und er schämt sich für uns Echt? Sag dir da nicht Hallo mal kurz so ins Mikrofon Kann er nicht Hallo sagen? Kannst du Hallo sagen, Marc? Sag mal Hallo Sag's doch Ja, Mann, ich hab dich gehört Okay, die haben's gehört Du bist ein Fisch Dima sagt, du bist ein Fisch Dima sagt, du bist ein Fisch Dima sagt, du bist ein Fisch Gleichfalls Dima hat sich weiterentwickelt Der ist jetzt ein Frosch Ja, ich bin jetzt ab Ab Seit Letzten Monat Nächster Level, Frosch Ich versuche gerade So einen Weg zum Dschungel zu bauen Zum Dschungel? Ja, ich will, dass wir So eine Verbindung zum Dschungel haben Eine Verbindung, eine Message Eine Message Wenn jemand Lava sieht Dann einfach kurz sagen Hey Jungs, da ist Lava, gell? Ne, auch wenn ich was sehe Sag ich dir nichts Ja, aber das ist von unfair Aber, weil du bist dumm, weißt Du bist dumm Ich bin dumm, aha Interessant Werden wir jetzt persönlich, oder was? Ja Ich darf noch Ich darf noch alles sagen Weil es ist noch Ich hab noch Du hast noch 10 Minuten 10 Minuten Aber wenn das Video online ist Ist mein Geburtstag eh vorbei Richtig Und dann hast du schon blaue Flecken Wenn wir aufgehört haben Aufzunehmen Ja, jetzt lach schon noch So Oh Mann Was machen wir gerade? Ich laufe ein bisschen spazieren Die ganze Zeit Ich will zu diesem Baum kommen Dann bin ich Tarsan Wir machen der Tarsan Was hast du denn? Das Arten? Oder sowas in der Art Ich würde dich auf jeden Fall Ich hab keine Ahnung Ne Was macht ihr denn? Ne Hallo Ich lese euch einen Kommentar Von Mr. Giftboy Ich gucke mir nur Dima an Weil Sascha mir zu schlecht ist Und verpeilt Und Fabi zu gut Gibt's sowas? Ja Ist es ein Junge oder ein Mädchen? Ich weiß es doch nicht Wie heißt er? Ähm Mr. Achso, ist ein Typ Ja, also Mr. Giftboy Mr. Giftboy? Mr. Giftboy Ja, man Aber immer Warum nennen sich so alle Mr. Mann? Ja, weil das alles Mr. sind Oder Herr Herr Dima, wie würdest du dich nennen? Graf Ich würde mich Ich würde mich Stück Scheiße nennen Weil das sehr authentisch Sorry, Jungs Sorry Mr. Mr. Scheiße Er will nur, dass wir mit Mr. ansprechen Mr. Wow Wow Schön Haben wir eigentlich die Monster ausgeschalten Oder ist es nur Sieht so so dunkel aus? Ne, haben wir nicht Haben wir nicht Ich habe nichts gemacht Hast du schon was gesehen? Hm, bisher nicht Das hat mich auch ein bisschen Das ist ja eine Autobahn Aber als ich reinging Hab ich ein bisschen was gehört, glaube ich Ja, ich will euch ja nichts sagen Aber Wir haben doch anscheinend Ganz lange gesucht Für unser neues Zuhause, oder? Ja Nachdem wir von unserem alten abgehauen sind Ja, und anscheinend sind die ganzen in der Nähe, oder? Ja, aber übel nah Ja Ich habe noch nie sowas nahes gesehen Das ist so gruselig Boah, die neue Grafik schickt mich voll Das ist voll anders geworden Schickt mich Ja, und ich weiß nicht, ob das gut ist Also Leute Sagt uns eure Meinung Ob euch unser Techstar Pack Gefällt oder nicht Aber es ist immer so Neue Sachen Sind immer am Anfang so Bäh Scheiße Ja, man gewöhnt sich halt an die Dinge, wie die aussehen Man muss sich dann wieder umgewöhnen Weil die Werkzeuge und die ganzen Texturen gleich ganz anders aussehen Das sind ein bisschen schwierig Oh Oh, ich habe noch einen Mann bin ich blöd Das sei jetzt aber nichts Neues, oder? Ach man, jetzt habe ich Lava gefunden zum ersten Mal Und dann habe ich dann ein Eimer Wasser reingeschmissen Das ist gut, aber mach bestimmt Ich bin dumm Sieht nur hier Oh, man, das darf man echt mal erzählen Oh, man, das darf man echt mal erzählen Du bist in einer anderen Welt Du bist in einer anderen Welt Das bin ich schlecht gelaunt Das finde ich schon mal richtig gut an, ne? So Oh, jetzt ist Sonnenaufgang 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 Untergang Untergang, oder? Es ist dunkler Scheiße, wo bist du vor dem Arsch der Welt? Ja, und meine Eier sind nass Das steht schon Ja Wie meinst du das? Ja, ich stehe unter Regen Oh, ich sage, shit Ich gebe es auf einfach It's beautiful Ich fühle mich jetzt wie Bruce von Topmodel So Ey, this is best, best, best Schauplatz Aller Zeiten Oder was sagt er noch? Wie sagt Bruce noch? Wie würde Bruce das bezeichnen? This is madness This is madness Nein, das muss man echt sagen This is madness This is bad, aber sie sieht aus wie ein Leuchtturm Wer ist sie? Als wäre es ein Leuchtturm So Oh man, gruselig, gruselig Bei mir ist es voll dunkel, Mann Ja, ich brauche ein paar Kerzen Voll dunkel, Mann, Digge Ich habe hier voll ein paar Kerzen Ich habe auch ein paar Okay, die Mante sind am Start, meine Damen Ich habe die bei Regen, Halt Ah, wusste ich doch Oh, Kohle Oh, le? Das hält mir die Zombies vom Leib Oh Was? Kohle? Oh, mein, komm, komm Hey, wo seid ihr denn? Ich bin zu Hause Ich habe euch verloren, glaube ich Oh, es regnet Yeah, das ist schön Hat jemand ein bisschen raus? Hat jemand unser Zuhause gesehen? Ja Du meinst, welches Zuhause? Ich habe mein Zuhause verloren Oh, nein, 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 eine Spinne, komm Scheibenkleister Wirst du mich herausfordern? Ah, ja, komm Wir haben doch genug Kürbis zuhause, aber Kann man jemand, Dirkus, so eine Message schicken? Eine Message? So So, Junge, komm nach Hause Ja, komm nach Hause Ja, aber wo? Achso Und wie geht das? Oh, nein, 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 nein Och, du Scheiße, das war knapp Warum war der Creeper rot auf einmal? Markus, kannst du uns irgendwas über Fabio erzählen? Ja, ein paar Geheimnisse, komm Ein paar Geheimnisse, genau Ja, ich glaube lieber nicht Oh, lieber nicht Hast du schon mal einen Fall wie bei so dreckigen Sachen erwischt? Ganz ruhig, ganz, ganz ruhig Jetzt werden wir hier privat Achso, ich habe Erde abgebaut mit einer Axt, ich dachte, das ist Holz, man bin ich dumm Ja, du denkst wieder, hä? Hm Immer das gleiche Problem Wo ist unser Aufzug hin? Der habe ich doch umgebaut Achso Oh, was ist jetzt passiert? Dann brauchen wir das nicht mehr unten Oh, das sieht schön aus Der Regen war auf einmal weg, oder? Ja, so, also, wir, keine Ahnung, Zauberstab hat da jemanden Der ist er Dieser Zauberstab Ich habe, ähm, ich habe Kommentare, neue Kommentare von Machen, lesen durch Daniel XFY Was für ein Name Ähm, Dima, ganz ehrlich, dein Zimmer sieht scheiße aus Ja, genau Sieht so kalt aus wegen den Steinen Okay, sieht kalt aus Aber das wegen, wegen meinem Zimmer, das stimmt nicht, ich habe doch ein kleines Zimmer Dein Zimmer ist scheiße, aber guck mal, in Mainz ist es auch scheiße Das ist deine ehrliche Meinung, oder, dass du ein kleines Zimmer hast? Ja, ich habe ein kleines Zimmer Geh mal in Mainz rein, schau dir mal, wie klein Mainz ist, Mann Nein, ja, aber du, du, äh Du bist ja auch sehr klein, so Du bist ein Fisch, Mann Und dein Fisch, Bisch auch noch Aber der Sascha ist halt nur mutig, weil mein Bruder neben mir sitzt, halt Genau Unterschützung Meine Hand zittert, volle Kanne, keine Ahnung wieso Das sind die Drogen Das sind die Drogen, ja, keine Ahnung, die zittert voll Echt, volle Kanne, so Zu wenig Zucker vielleicht, ich sollte im Osterhasen essen Du hast schon einen ganzen gegessen Nein, nein, das ist eine Lüge Nein, 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 guck mal, ich habe eine Theorie, das war zu viel Limonade gestern Nacht Weil wir haben ein bisschen reingefeiert Bisschen Bisschen, so ein Trinkspiel, ein schönes Trinkspiel gemacht Und es war zu viel Limonade auf jeden Fall Zitat des Tages Hey Fabi, ähm, wenn du willst, ich bring schon was mit, aber ich trinke heute nichts Ja Monade Ja, ja, Limonade, und dann ist es eskaliert Es war deine Idee, Fabi Es war deine Idee, Fabi Ja Jägermeister zu holen Nur zum Anstoßen Anstoßen, du bist schlafen gegangen und Dima hat das allein ausgetrunken Was kann ich dafür, Mann? Ja, du wolltest doch, du hast mich angestiftet Nein, ich habe es so gut gemeint, verstehe ich? Ja, 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 gut gemeint hat er das Ich war halbtot, Mann, als ich aufgewacht Er hat, er hat in Unterhosen auf der Terrasse getanzt Der Dima Ja, Coco Chambow mit Mr. President Ja, 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 Coco Chambow Ich wollte eigentlich nicht, dass das alle erfahren, aber gut Und der Vorgeherste kommt Fabi besoffen zu mir rein und schaltet König der Löwen ein Das müsstet ihr sehen Und wir feiern das übelst, also König der Löwen ist genial Ja, also ich bin mit Abstand der größte Fan von König der Löwen Oh Mann, sieht das scheiße aus Ich bin voll enttäuscht von mir Also jedes Mal aufs Neue heulen, wenn der Vater stirbt Ja, das stimmt Hat jemand Treppen am Start? Nee, ich habe selber welche Das ist echt traurig, Mann Ja, Mann, dieser scheiß Skarl Skarl? Skarl Ja, wie heißt er? Skarl 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 Der heißt Skarl Ja, 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 aber das ist, das hat bestimmt so eine Verbindung zu Skarl Face Könnte sein Wirklich? Nein Wirklich Ja, und da gibt es ganz viele Zeichen Also, der sieht ein bisschen Hitler-ähnlich Wem? Kann das sein? Ja, kann das sein Skarl Er führt so Hyänen an Hyänen So, ich brauche ein bisschen Plan Und ich brauche ein bisschen, was brauche ich? Was brauche ich überhaupt? Hm, sieht das gut aus? Das sieht nicht gut aus, Leute, kommt Das sieht nicht gut aus Das sieht nicht gut aus Hm, das Haus, der Eingang sieht nicht gut aus, das gefällt mir nicht So La, 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 la Wie kann man das schöner machen? Das würde ich auf jeden Fall zumachen Äh Fabio, wie hast du es mir das letzte Mal gezeigt mit Steinen? Wie kann ich am schnellsten Steine machen? Oh, das ist sehr kompliziert Ja, ich habe einen schlechten Speicherprozess, ich habe es vergessen Ganz schwache, Windows 68 Ja? Ja, man, ich habe es vergessen Ich 68 Oh, fuck, man, da ist ein Motherfucker Boah, der spielt hier Robin Hood, man Stirb, verreckt Du bitch Er ist tot Ganz ruhig, ganz ruhig, bitch, ganz ruhig Ja, beruhige dich mal Ganz ruhig, so was nehmen wir erst gar nicht in den Mund, sonst muss ich dich leider verbannen Äh, was machst du hier? Ich räume auf Ähm, gibt es was zu essen? Ganz viel Ich versuche so viel wie möglich, euch zu besorgen Weißt du, was das ist? Jetzt fängt er wieder einmal sie selber zu reden, der kleine Sascha Nein, ich rede mit Markus, ich habe ihn gefragt Oh, das ist deine universelle Ausrede heute Das ist voll angenehm, weißt du, nicht alleine zu spielen hier im Zimmer Achso, und du meinst, ähm, du bist alleine, wenn wir dabei sind Nein, 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 ich habe meine Hände hier Markus, mach dir keine Sorgen Boah, hast du deine Hände? Jetzt kommen wieder, die Gerüchte-Küche-Brüder wieder So Knochenmäher Seine Lache ist halt bei wer ist Was meine Lache? Nein, Markus, du lachst bei wer ist, sagt die immer Ja Leckender, du brauchst heute Nacht gar nicht zu ihm zu kommen, hat er gesagt Nein, heute gehe ich zu Fabi zur Abwechslung Was? Was? Ich kann auch zu ihm rüberkommen Er kann zu dir gleich rüberkommen und die schlagen, sagt er Jetzt kommst du zu mir, oder was? Oh, Mann Jetzt habe ich einen Apfel gegessen Gott's mich das an Was Gott's dich an? Ein Creeper explodiert neben unserem Haus Was für eine Scheine? Keine Hat jemand ein bisschen Ja, ich will Steine abbauen, aber hier ist keiner Oh, aber das sieht sogar besser aus Das funktioniert Musst du Spitzhacke nehmen Spitzhacke? Kennst du dich aus? Ja, okay, ich gehe Marco sagt, ich muss arbeiten gehen So geht das gar nicht Mach dich nützlich, Gastarbeiter Gastarbeiter Wieso haben wir hier keine Treppe? Ich muss zuerst eine Treppe bauen, ich vollidiot Richtig, und ich muss einen Kommentar vorlesen Und zwar ist das ein Kommentar von Das ist ja eine Kiste hier unter der Treppe Gerichhan, ja Das ist geschickt, oder? Wer ist das? Oh, das hat mich gerade schockiert Wie kommt er hier her, Mann? Ey, lass mich einen Kommentar vorlesen Okay, ich lass dich einen Kommentar vorlesen Von Gerichhan1 Gerichhan Gerichhan Und zwar Ich glaube, Sascha hält den Rekord im Sterben bei Minecraft Das könnte gut möglich sein Ja Jungs, ich habe gerade einen blauen Creeper gesehen Was bedeutet das? Nächste Texture Package ist anders jetzt Achso, sind jetzt die Creepers blau, oder was? Sind das Schlümpfe jetzt? Keine Ahnung, Mann Ich habe jetzt einen roten gesehen Okay Oh mein Gott Was wir hier gebaut haben Oh mein Gott War noch nie so rund Also das ist ja mal gruselig, wisst ihr? Das Monster, oder beziehungsweise hier speziell eine Spinne Ach du Scheiße In den Wasserfall In den Wasserfall Hast du es gesehen? Ja Oh Mann Voll geil Naja Ist nicht so schlimm Jetzt muss ich runter Ansonsten, was gibt es noch zu erzählen? Wir haben das Video hochgeladen heute Genau Dieses Dankeschön für diese Party Es war ein sehr aufwendiges Video Ja, aber 300 Stunden, das ist ein bisschen zu viel Es waren vielleicht 250, aber 300 Ja, aber wenn man alles zusammenzählt So mit alles basteln, den Kopf zu gestalten Das hat schon lange gedauert Ja, Raumschiff habt ihr auch gemacht Warum hat denn da jemand meine... Wir hatten hier alles kaputt gemacht Wo? Ja, das ist ja deprimierend Wo? Ich habe nichts kaputt gemacht, ich weiß nicht Das Loch ist drin, meine, meine, meine Ach nee, das macht keinen Spaß Da oben machte Sascha die Buch selber jetzt zu Ende Da sind ein bisschen dein Bikes explodiert, oder? Ja, meine, meine kleine Dinger hat er weggemacht Meine, wie heißt es? Meine, meine, meine Die Maschine, weiß, wo ich ihn gemacht habe Hat er abmontiert, weil er nicht in der Lage ist damit Hey, das ist eine Lüge, ich habe nichts mit der Maschine gemacht Ich habe gerade eine Lüge Einspruch, eure Ehren Ich war da und dann habe ich es gesehen, dass es kaputt ist Markus ist Zeuge Und dann war das kaputt Es war kaputt Kaputt Das ist ja deprimierend Es war kaputt, als du es kaputt gemacht hast, oder? Ja, jetzt schiebt du Fabio Emoman Genau, habe ich von dir gelernt Ja, aber ich war es nicht Wer war es denn sonst? Ich war es auf jeden Fall nicht Lüge doch nicht so Ich war es wirklich nicht Hast du kaputt gemacht? Nein, 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 habe ich nicht So ein Lügner Nein, 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 nein Also wer mir erzählt, wer es kaputt gemacht hat Also von meiner Fangruppe Du hast eine Fangruppe? Ja Ach, du hast doch hoch Ah, ja Ich verlasse euch Ich verlasse euch Ich gehe jetzt einfach mit Markus irgendwo hin, wo es schön ist und wo ich respektiert werde Das reicht mir jetzt Du machst Sachen kaputt, mutwillig Immer werde ich mich schuldig, Sachen kaputt zu machen Ich wette mit dir, du hast es Ich wette mit dir Wo gehst du hin? Die Leute sind Zuschauer, die können dann nachschauen, ob ich Die wissen schon Also ich, meinst du oben, oben war ich zum Beispiel gar nicht Ich auch nicht Wenn du oben, wenn du oben hingehst, wirst du schockiert sein Also wenn ich es war, dann fresse ich ein Besen Vor der Kamera live Ja? Ja Wirst du dir nicht lieber eine Bananen in den Arsch schieben? Das ist aber hart, man Wieso kommst du auf so eine Idee, man? Du weißt doch, dass es wehtut Es gibt Leute, die wollen das versuchen Echt? Wollten, beziehungsweise Welche zum Beispiel? Keine Ahnung, ich werde keinen Namen nennen Okay, du hast deine Infos Deine Insider Ja, ja, Insider Insider weiß Okay, aber Banane mit Schale oder ohne? Das weiß ich doch nicht Weil ohne Schale, da geht es dann leicht rein Achso, du hast Erfahrungen Gut Ja, aber ich... Nein, ich stelle es mir vor Gut 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 Das ist jetzt pervers Gut Das ist jetzt pervers Was ist pervers? Du bist pervers Ich bin pervers Du bist auf die Wer ist von uns der perversere Gut Ich habe nur gesagt Mach was du willst Gut Ich bin enttäuscht Maßstoß Ich habe nur gesagt Das ist... Gut, gut, gut Ich würde mich am Arsch lecken Ganz ehrlich, ich verlasse euch jetzt Tschüss Ich traue keine einzige Sekunde um dich Verräter, Verräter Aber das graue uns Verräter, echt Das mache ich so ein So enttäuscht von diesem Jungen Warte, Arschbombe Okay, ich versuche jetzt die Arschbombe Hoffentlich Arschbombe Sascha Deiss Ah, das ist schön Das ist schön Lass, du bist schauben, oder was? Jetzt schlachte ich noch ein Schweinchen Achso, du hast keinen Bock auf uns Kann das sein Ein Schweinversuch zu fliegen Und ich schlachte es So, wie soll ich denn das machen? Ich lese die beiden in Kommentar vor Bevor ich was dummes mache Ähm Macht die Monster aus Von Black White Äh, ne Black White White 661 Man, das ist groß, klein geschrieben Das ist voll schwer zu lesen Black White 661 Macht die Monster aus Aber das macht doch dann keinen Spaß mehr Bruder, was ist los mit dir? Ohne Monster Das ist doch Mushy-Modus Mushy-Modus Ne, ne, wir sind harte Männer Das ist nix für uns Harte Männer brauchen Monster Ja, die Männer brauchen Monster Ey, verpiss dich Scheiße, ich muss hier abhauen Ich hab ein Schwein geschlachtert Und wenn Fabian mich jetzt erwischt Oh Mann Deine Schweine fliegen hier rum Wo? Red Bull kann da sein Siehst du das, Markus? Ja, Red Bull verleiht Dummheit So Das mach ich auch zu Ich glaub, das geht nicht damit Wo ist mein Fleisch? Hm Warum kann ich mich Ich hab's doch schon eingesammelt Hast du echt? Ja Okay, jetzt verlass ich die Jungs Ich muss, ich muss ein Abenteuer Oh Ja Ja Das war, das war Karma Das war Karma, ja Und ihr feiert meinen Tod? Weil du uns verlassen wolltest Verstehst du? Karma Kennst du das? Ich wollte ein Abenteuer starten Für etwas Gutes Etwas Neues zu finden für euch Ja, kennst du das? Und dann komm ich mit Diamanten nach Hause Und ihr schleimt rum Ja, aber kennst du Karma? So funktionieren Menschen, hm? Karma, natürlich kenn ich Karma Das war wahrscheinlich auch Karma Gierige Menschen sterben zuerst Ich hab zu viel Fleisch genommen So ist es So ist es Dein Geburtstag ist übrigens vorbei, du Penner Ja, und? Ja Ich hatte einen schönen Geburtstag Du bist ein Sterblicher Ja, das war eigentlich der schönste Geburtstag von dir Ja, das übertreib mal nicht Ey, ich hab, das ist, das war schön Ich hab's auch genossen War schon gut, aber der schönste Was war dein schönstes Geburtstag? Ah, als ich noch im Bauch war Das ist doch kein Geburtstag Ach, das ist der falsche Das ist ein anderes Leben, oder? Ich wollte dich grad abschießen Ach übrigens, unser Buch ist draußen Seit heute, wie es aufgeht Wir haben das zwar noch nicht Das ist das Lustige Das ist bescheuert Wir haben es überhaupt nicht Wir haben ein paar Videos gesehen Von Leuten auf YouTube Die das bekommen haben Bei Amazon bestellt haben Das schon so ausgepackt haben Und so schön in die Kamera gehalten Sieht cool aus, aber Wir haben das noch nicht Ich hoffe, wir bekommen das die Tage Und dann Machen wir vielleicht ein Video noch dazu Also wegen Bilder haben wir schon Komplimente bekommen Ja, ja, die Bilder Also ich feiere die selber auch Die sind echt geil Sehr schön Die sind alle geklaut Alle sind ein bisschen abgepaust Ey, ey, was soll ihr Scheiß Also das war das letzte Video So, jetzt verlasse ich euch wirklich Warum ist es so hell? Optionen, Helligkeit Da sieht man doch, dass sie selbst gezeichnet sind Da, 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 da Aber, ja, aber da Aber da sieht man doch Oh, ja Ja, klar Ja, 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 komm mal runter Ist nur Spaß Ich bin nicht Hier gab es doch immer Ein, 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 ein Ein Abstieg in unserer Hütte, wo man nach Aha Hast du gefunden? Ich will, ich will Markus etwas in die Welt zeigen Verstehe ich? Ich mach ein Abenteuer Okay, ein Kommentar noch, oder? Nur einen Habt ihr Bock? Was ist denn der? Ah, Hamburg Habt ihr Bock auf Kommentar? Füge, Schweine, alles haben wir. Okay, ich lese einfach. Ähm, von Dickelan. Dickelan. Dickelan? Sascha hat Schuhe, hat einen Bogen, hat einen Helm und merkt es nicht. Der merkt einiges nicht. Er hat es einfach im Inventar versteigert die ganze Zeit und zieht es nicht an. Wo habe ich Schuhe? Ich habe keine Schuhe mehr. Ja, weil du schon so oft gestorben bist. Ja, Mann. Weil, weißt du warum? Weil, warum? Du bist scheiße. Echt? Hast du das auch gesagt? Hm, das steht zwar jetzt nicht drin, aber ich glaube, das hat er so ganz leise gesagt. Ich bin ein bescheidener Spieler der alten Schule. Ey, wow, Verbindung unterbrochen. Was ist los?